Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich heiße Monika. Hast du manchmal auch Angst vor Mangel? Bei uns zu Hause war ich jahrelang krank und mein Mann ging immer fleißig arbeiten, war nie krank und auch noch nebenher. Eigentlich viel zu viel, aber da ich nicht arbeiten konnte und das Arbeitsamt mich nach Hause schickte, ich sei nicht vermittelbar, also verließen wir uns vollkommen auf das Geld, was mein Mann verdiente. Jetzt ist aber ein noch größerer Mangel entstanden, denn mein Mann kann nicht mehr arbeiten und muss um Frührente eingeben. Was er nie wollte, er kämpfte und ich habe mir viele Verwürfe gemacht. Hast du zu viel verlangt? Aber da kam mir der Vers Philippa 4, 19 in das Gedächtnis. Aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Also wo ist meine Wurzel? Bei Gott oder auf dieser Welt, wo ich in mein Vertrauen fast verloren hätte? In Gottes Wort steht, an guten Bäumen wächst gute Frucht, an schlechten Bäumen kann nur schlechte Frucht hervorkommen. Wir müssen unsere Angst vermangelnd überwinden und auf Gott zugehen im Vertrauen. Ich vertraue auf Gott und er gibt mir die Kraft, eine gute Frucht zu sein. Ich kann wieder auf 450 Euro Basis arbeiten gehen, wieder Auto fahren und ich investiere in Gottes Reich. Durch meine Gaben, wo ich auch von Gott bekommen habe. Ich diene meiner Gemeinde, weil ich dort Gott spüre. Und ich glaube, dass Gott unseren Mangel ausfüllt. Jetzt sind wir dem VdK beigetreten und die helfen uns, dass mein Mann diese Frührente auch bekommt. Es gibt keine Zufälle. Gott hat mir eine Arbeitsstelle gegeben, wo genau diese Leute arbeiten, wo wir in unserer Situation brauchen. Es ist ein Geschenk von Gott, unserem Vater und eine große Gnade und Segen, den wir erhalten haben, weil wir auch in kleinen Dingen treu waren. Ich wünsche euch, wenn ihr Angst bekommt, dass ihr euer Vertrauen auf Gott werft und betet, steht im Psalm 56 4. Ich wünsche euch nun einen gesegneten, schönen Tag bis morgen zu einem weiteren Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.